Bist du bereit? Bei mir ist er. Ich bin so ein fucking fucking Fliegenhirn, Alter. Meine Reaktionsheit war mal wieder on point. Was war's mit dem? Der ist dann. Digga, es kann nicht sein, dass ich unseren Maid erschossen hab, oder? Digga, ich hab, ich wollte die Wand sprengen. Sorry, Maid. Ich hab ihn aber in die Luft geflogen. Ich hab ihn in die Luft geflogen, aha. Digga, ich hab ihn in die Luft gesprengt, Alter. Wie der größte Schad... Polidiot. Ich setz mich aufs Klo, Digga. Erkenn ich nichts. Aber ich leg mich aufs Klo. Nice. Was auch immer die da gemacht haben. Hey. Der hat sich beide abgeholt, der Pre. Bild. Spotted by Scan. Deine Mutter. Wir haben ein paar Leute gebimst. Bei mir sind nämlich zwei. Bei mir gebimst. Ich liebe es. Nein, Hilfe, oh Gott. Nein, er hat mich. Scheiße. Ah, da oben. Wenn er mich treffen konnte, war auch so fällig. Ich hab mir ja ultra gutes Licht. Junge, ich hab ihn gottlos getroffen, Alter. Was das? Oh Gott, Hilfe. Oh Gott. Aber okay, war okay. Ich hasse es. Ich hab keinen Plan von diesen Maps. Ich weiß nicht, wo man langfahren kann, wenn man nicht gucken, wo man reinkommt. Mach's aber so wie ich. Kann man irgendwo hinfahren. Ja, das mach ich auch. Das mach ich auch schon immer. Durch das Scheißloch. Geschossen, ich werde zu sauber. Ach, hinter mir, Leute. Gottlos, was ich hier mach. Digga, war das lächerlich, was ich da gerade gemacht habe. Okay, interessant. Digga, ich bitte... Wieso laufe ich denn nicht mehr? Ich bin einfach hier gesteppt, aber... Wer bin ich eigentlich? Ah, wer bin ich? Wait, Gertie, Claymore uns? Ja, ne? Ey, ich verstehe manchmal nicht, wie ich eigentlich so scheiße sein kann. Oh, lol. Oh, lol, da ist ne Weltkarte. What the fuck? Oh, hier ist noch ne Weltkarte. Unten sind die. Boah, da weiß ich schon mit weg, wo ich hingehe. Und zwar hoch und ich bombe mich richtig nach unten, aber... Ah, ich bin schon wieder ganz falsch mit der Throne. Ich lass es einfach sein. Hab'u sein Mate geflasht. Kann ich die Wände auch damit aufballern? Geht das? So, ein bisschen so. Geht das? Kamera. What? Slash, Slash, destroy. Ich muss den Voice-Shot ausmachen oder leiser machen, die labern. Ihr macht das. Schau. Ich weiß doch auch nicht, was ich eigentlich machen soll. Alter, das ist das beste Rotation All, was ich jemals gemacht habe. Das ist wegen des Spawn-Killen, I don't know. Ich hab' gar das beste Rotation All in meinem Leben geplaced. Kannst du's glauben. Da kann man, glaub' ich, nicht mal mehr durch. Oh, ich seh' ganz viele da. Für die letzte. Ja, ich hab' die... Dinger, die hat da irgendwie so'n scheiß Schild. Ich hab' gar nicht gewusst, dass Rainbow-Runden so lange gehen können. Ich muss ganz kurz... Ich muss dich ganz kurz konzentrieren. Kommt doch an, was du sollst spielen. Ohhhh. Ja! Digga, wie ich dem Instanten Header gedruckt hab, weil ich einfach ein Lacker bin mit meinem Aim. Flashbang. Aufmaß mal flot, das ist nicht wahr? Digga! Ja, wie krass ist das? Ich wollt' ins Haus und mich nicht rappen. Scheiße! Oh mein Gott. Digga, willst du mich verarschen? Ich... Oh, ja, jetzt geht's ab. Oh, das war ein Mädchenzeug. Das ist meins, ja. Ey, ich bleib' mein Lichter weg. Das Auto ist angegangen. Flashbang. Oh Gott. Was macht der denn? Er ist einfach runtergejumpt. Ich hab' keine Ahnung, wo ich laufe Paulin. Geradeaus, 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 hier. Ey, maaaannn. Wo sollen die Scheiße? Da, du schießt mich wer ab, Digga. Scheiße! Wo steh' ich denn auch? Aber du hörst hauptsache Schüsse oder so. Das ist halt unabhängig komplett fake. Sollt' ihr mal ein Mädchen kurz tragen? Also... You wanna... You wanna leave, bro? Könnt' dich hinter Schäumen. Aaaaah! Ich bin rausgebrochen. Ey, da ist jemand. Hab' ihn gebimst. Hab' ihn nochmal gebimst. Oh, ich war angeschossen. Bin tot. Na, über mir war jemand. Ich setz' mich nie wieder in die Dusche, Alter. Ich hasse dieses Spiel. Spotted by Scan? Aaaaah! 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 Da hinten um der Tür! Ach, Mann! Wo man Reinforcing soll, sind wohl nicht. Ich rate' ihm mal. Warte' einfach alles. Einfach alles machen. Das sind zwei scheiß Caps. Ich seh' wen. Hab' ihn gebimst? Ne, ich hab' ihn gar nicht gebimst. Hab' ich denn den bimst nicht getroffen. Den anderen ge- Ey, Mann! Wieso bin ich denn eigentlich so komplett lost? Echt so, Alter? Alle Gesichtsmasken-Schräger sind Rassisten! Hm, muss doch so sein. Muss doch so sein. Ich hab' ihn gebimst. Ich hab' ihn geguckt. Ich hab' ihn. Vielen Dank.